Georgien, du, überraschst uns doch nochmal! Ja, ich möchte jetzt noch mal irgendwas, was so richtig reinballert. Okay, Giorgia Tornikakipiani, he is celebrating the universal theme of love. Something we've never heard of Eurovision before. Schon schön. Schöner Sonnenaufgang. Oh, Delphine, guck mal! Das ist ein sehr langsamer Walzer. One, two, three, one, five, six, one, two, three. Kann man ein bisschen schunkeln? Ja. Oh, vorsichtig. Seemannslied. Schönes, altes Seemannslied. Leider für mich dieses Jahr der größte Downgrade irgendwie. Ja, Tornikakipiani hat ja im letzten Jahr so geschrieben. Ich fand tatsächlich Take Me As A M richtig gut und es hat auch so extrem gut zu ihm gepasst. Das ist scheißegal, was ihr alle von mir wollt. Ich will so bleiben, wie ich bin. Und jetzt kommt hier so ein Ding, wo du dir denkst, hat Enia den geschrieben? Bevor diesen Song überhaupt sich irgendwo hin bewegt, ist man, glaube ich, fast eingeschlafen. This is very lackadaisical. Ich finde das absolut schön, das Lied. Ich finde das wirklich, ich finde das wirklich... Guck mal. Jeder Jack ist anders. Ja, ne? Ich finde das absolut authentisch, wo man sagt, okay, ich habe auch diesen Teil, diese Facette meiner Persönlichkeit und möchte jetzt mal ein bisschen was Romantischeres machen. Aber mit welch einer Emotionslosigkeit kann man bitte einen Song präsentieren? Er ist wie eingefroren, weißt du was du meinst? Ja. Irgendwas will er uns ja damit sagen. Ich kann das schon nachvollziehen. Nach einem Jahr Corona bleibt einem halt nicht mehr viel als so ein leerer Blick. Ich will das Meer sehen. Ich will den Wald sehen. Ocean, I wanna feel you. The lyrics are not so complicated. However, in simplicity there can be beauty and there's a pure emotion here. And while he's feeling a lot, I am not feeling very much. Ich will die Berge sehen. Ich möchte dich nie wiedersehen. Ja. Ja, ich find's schön, aber da muss nur abgehen gleich. Das ist zu wenig, ne? Also es geht doch ab gleich. Da kommt die Bridge. Jetzt? Nee. Und das dümpelt weiter dahin. Das ist einfach für mich nicht ESC-tauglich. Ja, das ist ja ganz schön so zum Hören, wenn du vielleicht im Auto fährst. So ein Lied, das darf man nicht im Auto hören. Es regnet vielleicht auch. Es regnet ein bisschen und es ist ein Montag. Tatsächlich leider ein bisschen langweilig. Darf ich das sagen? Mhm. Hä, hä, hä. Klar, du kannst alles sagen. Oh! Hm. Hat der Harab oder ist das jetzt ein anderer? Ich weiß das nicht. Nee, ich glaub, der hat eben eine Mütze auch. Der Song ist okay, aber ich finde Glatze, Vollbart und weiße Klamotten auf jeden Fall Erfolgsgarant. Hätte ich nicht gewartet, dass es eine Glatze hat. Das ist das Überraschendste an dem Song, dass er jetzt plötzlich eine Glatze hat. Das überrascht dich jetzt? Ja. Okay. Er ist so ein geiler, charismatischer Typ. Ja. Er kann richtig rocken. Er kann richtig abgehen. Der Song ist nicht schlecht. Und das ist eine Nummer mit einer komplett angezogenen Handbremse. Ist doch schön zum Ende. Ich finde den Song schön und ich brauche auch immer wieder so einen Outsider-Song, mit dem ich mich identifizieren kann. Und das ist in diesem Jahr Georgien. Es tut mir auch leid für ihn, aber ich glaube, das wird nichts mit den Figaren. Ich glaub auch nicht. Es tut mir auch für Georgien leid. Weil die machen immer was Cooles. Wir drücken trotzdem die Daumen. Ja klar. Toi, toi, toi. Mountain, I wanna feel you. Ich danke mal. Für mich- 2 1 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020